Gut, ich habe zuerst ein bisschen geschlafen. Ich werde mal ein bisschen was zu trinken. Und wir gehen mal ein bisschen auf die Brücke machen. Und sagen... Ähm... Wir haben das nicht. Aber wir gehen mal ein bisschen auf die Brücke machen. Wie gesagt... Wir... Schmeißen mal die Sachen hierher ran. Wie kommt der dort hin? Ähm... Pappappappappappappappappappappappappappappapp. Die halen wir mal nach die Hände. An... Brücke. Ähm... Das los ich einfach mal da mal. Und dann gucken wir mal, wie wir hier zurückkommen. Ob wir dann tatsächlich auch da haben geht. Oder ob wir einen anderen Platz raus setzen. ich habe so ganz ob es klangst denken wie gesagt sagt man blick hier war cool gewirschte und hat nur am stargates oder netter portal die triche ist die problem geleistung da war das und dann mit einem schlag also Ich weiß nicht genau, was ich für Brücke brauche. Ich meine, das ist ein Flintstone und ein Stück Metall. Das will ich im Schnitt am Nächsten auch nicht Brücke sein. Lange schon auf dem Portal herum können, abzumachen, als das Gold wert wird, glaubt mir das. Ich verwarte mal, ob ein anderer Platz, wo ein Ding gesagt wird, kann das nicht so sein. Don't Knopf. Das ist eigentlich nicht egal, ich fand es ein bisschen komisch. Ja. Aber wir schauen tatsächlich, was wir machen. Gucken wir das mal. Soll ich die zweite Strecke noch weitermachen? Soll ich sie nicht weitermachen? Ich hab eventuell Lust tatsächlich. Ich hab ein bisschen kurz angefangen. Und... Es wäre nicht mehr logisch. Aber... Ich hab keine Lust darüber, sondern es ist eigentlich. Ich hab ein bisschen Lust, etwas auf Formen zu machen. Für ein bisschen so... So, damit dann... Du wängst... Und... Ich hab ein bisschen Lust, um... 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 Un herzlich bei uns... Es war übers rum. Und... Was hakkab ich dafür, es ging vôip! Und... Ja... Ja... Und so weiter. Die ganze Sprung ist gut und unsere Leute wird auch drückt. Und es gehört Lнулeng thick. Ich hab einmal zuvor, was das jetzt? Warte, ich hab einmal zuvor. Ich hab jetzt mal raus, wenn es das so rausgeht. Eher ist das so und dann... ...Fue. Fue, mal kurz. Er war vor. Er ist so. Er ist so. Ja, wenn wir zu Fosky vergehen, ja. Ja, wer hat mich lange oder mich los? Wahrscheinlich. Ich habe heute noch einen Löffel und ich habe die Chance tatsächlich daraus gesehen. Ich habe keinen anderen Platz. Ich schmeckte schon ein paar Monate in Zukunft. Ja, komm, komm. Äh! 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 Ich habe schon Feuer auf den Hof geschlagen. Fuck! Aber wir sind noch ein Caps, Mann. Wir haben hier eine Boogie-Heimat. Ähm, das Bett wird schon schon abgeräumt, so weit wie ich weiß. Und dann gehen wir... Ah, nein, nicht bei der Stehtnachtung. Wollen wir den Toten? Dann gehen wir runter. Dann gehen wir runter. Dann gehen wir noch mal raus. Ich sollte, wir gehen ein bisschen runter, ein bisschen raus. Ich hoffe, dass wir jetzt gucken, wie der Problem da ist. Okay. Wir sind noch mal auf der Platz da. Hallo? Wir sind da ran. Okay. Wir kommen immer, plus oder moins an der heute Umgebung raus. Schlecht, 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 schlecht. Wir bauen auf. Ja, wie gesagt. Das ist nicht so, das ist, ähm, so wie gesagt. Ich weiß nicht genau, wo ihr raus könnt. Und... Und... Mit den vierten los? Wir können ob sie da einen Blick... Pfff... Das ist ein ähnliches Vierdehl. Das sind mal kein festes Punkt, Gott. Wo ich rauskomme. Das fand ich ein bisschen, ähm... Schabisch, ehrlich gesagt. Was ist logisch, wenn wir los sind? Dann hätten wir heute noch das Hauptportal hatten. Dann... Das ist ein bisschen von mir. Ja, bringt mich immer immer an einer Position raus. Hm, das fand ich persönlich nicht so witzig eigentlich. Obwohl, das witzig auch ist, aber... hm 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 hm. nicht so lustig ich habe mir guckt der viertehl du kriegst lauter obsidianen scheiße obsidian mit viel aus christa spiel obsidian krisse so können tatsächlich obsidianen formen und ich tatsächlich muss okay das ist ein ich glaube ich komme immer an der wüste raus nice das ist das einzige werde positiv und permanent als wir kommen immer an der fucking wüste raus ja da muss ich nur noch nicht sehen und ein bisschen immer um so etwas direkt aufbauen ja wie gesagt wenn wir dann tatsächlich so eine Tour machen können dann ich hoffe dass wir dass wir nur ehm jetzt wo mache ich von der wald rauskommen ich kann sehen dass ich da vielleicht offscreen ein paar so eine Klangtour machen für glowstone etc pp die ganze spork ist zu kreieren und ja okay mir komm 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 da sind wir tatsächlich du am bereich um herausgeheizt gehen von der spüße ja ich komme immer tatsächlich stürmer bambus heimat ich weiß nicht viel wert beim bambus brauchen die pabaya aber der stangen der stangenhöhlen der smarakt ist auf ihren und wie sie schon ok wir haben tatsächlich mal mord haben dann gesehen dieser dutzung ja das ja zählen sonderstellen schön nur stadt schon feier und ja alles heimat und wir beginnen jetzt nachher und dann haben wir nachher gesehen, dass wir ein bisschen geformt bekommen haben, wir haben schon ein schönes Schwein gesehen wir schauen mal, dass wir die Sachen mit dem Wies eventuell herkriegen oder gemacht werden und ja, wir machen das mal vielleicht dass wir Wies und Bambus immer bei den Ominesien Tippchen aufgehen und das ist wirklich nicht so gut, wenn wir hier alle so schöne Fahrzeuge haben ich könnte eigentlich direkt hier auch hier ein Ding nachher setzen und weg tun wir da das stellt das Bett hin und dann geht das Laufen wir müssen nach Medave ja, wir müssen nach Medave